Hakuna Matata, hier ist seine Schütze mit uns. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu der Frage, die uns jede Woche beschäftigt. Was gibt es diese Woche gratis bei EPIC? Und diese Woche gratis bei EPIC. Den 12. August 2021 gibt es ab 17 Uhr für euch Rebell Galaxy. Rebell Galaxy ist quasi so ein Weltraumspiel. Was will man dazu sagen? Es ist ein Weltraumspiel. Es ist vollgepackt mit actionreichen Kämpfen, Erkunden, Entdecken, Handeln. Ihr könnt da Weltraum Mining betreiben, das volle Programm. Da gibt es unendlich für die Quest. Ihr könnt gegen Aliens kämpfen, wogegen verschiedene Rassen. Also ihr habt ihr echt allerhand voll zu tun. Es ist ein Open World RPG. Brauchen wir nicht drüber reden, was das ist. Das ist halt so. Man kann es mit Controller spielen, für alle, die richtig Bock drauf haben. Das veröffentlichte Zeitpunkt des Spiels ist am 20. Oktober 2015 und zur Zeit, ich habe mich mal schlau gemacht, kostet das 15,99 Euro und wir kriegen es gratis. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Spiel. Ich habe es noch nicht gespielt, ich werde mir das mal reinziehen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wenn ihr natürlich in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, was es gerade bei Epic gibt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.